Neue Folge, neues Glück, neue Runde, neues Glück. Hier wieder bei DIRT SHOWDOWN. Wir sind jetzt hier bei... Wo bin ich hier nochmal? Äh, Monster Champion. Und jetzt geht's ab nach Los Angeles zu einem Knockout. LA Knockout Open. Let's go mit dem Van. Was haben wir denn hier noch? Oh, AMD FX. AMD. AMD. Überall wo geht AMD. Oh, das war der falsche Wagen. Sieht ja genauso aus wie der eine. Nur halt... Anderes... Gehäuse. Sagen wir Gehäuse. Und dann guck' ich mich mit dem auch so die Fahrzeuge wegschieben kann. 2, 1, los! Los! Ich bin gespannt, wer hier am härtesten austeilen kann. Frontal! Herrlichkeit im richten Winkel! Jetzt wird's interessant, ein neuer Spitzenleiter. Und noch noch... Baaand! So, jetzt lege ich nicht. Der Wagen sieht schon demodiert aus. Autsch, das sah nicht gut aus! Ganz allein in der Kälte! Kann den den Kleinen mal jemand in den Arm nehmen? Boah, krass! Stehen direkt hier vor mir. Maximaler Schaden an der Seite! Ich kann vergessen, glaub ich, den Doktor Brust, den jetzt geschieden haben. Ja, geil. Nee den hast du jetzt nicht gefunden. Nein? Was, 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 was? Wärme. Ja, klar. Warm. Ganz easy. Hier einfach schicken, wie gesagt. Warm. Du bist meiner. Du bist meiner. Wir werden morgen mit einem dicken Schädel aufwachen. Ich glaube nicht, dass diese Tür jemals wieder aufgeht. Das war meiner. Uh, sogar zwei Stück. Chaos, Kabal und Remmy, Remmy. Und bam. Das waren jetzt auch zwei Stück, oder? Doch nicht. Nur einer. Oh, doch, zwei nach Baus. Ja, wie cool. Was? Oh, nein. Das bedeutet doppelte Punkte. Und der Außenseiter haut den Führenden auf. Oh, cool. Für den Führenden kriegt man 3000 Punkte. Jawohl, er kehrt ins Getümmel zurück. Also, ich bin der. Wow, schau' mal, wer wieder da ist. Ich bin der. Ich häng hier. Da häng ich einfach mal so ein bisschen chillen. so die Mucke ist cool so natürlich jetzt mal Platz 1 hier mal bestanden ah ja so muss das das gefällt mir ah ja mein Gott ich muss niesen oh mein Gott oder auch nicht nein oder ich hab hier einfach mal gemutet so jetzt kann ich mir auch diesen anderen Flitzer da holen diesen Hot Rod Los Angeles jetzt hab ich Smash Hunter ja das ist neu das ist neu das ist neu ah spüren wir doch direkt hier haben wir was mit dem Mini ja komm holen wir uns den Mini komm haha fettlase jahrt simpson ja das ist mein Mini Leute meiner nobody can stop ok was da oh na ach was da oh nee ach na das fiel mit diesen scheiß Blöcken los los geht's mit Blau ah gut ich hab ne kleinen Mini da kann bestimmt was ah nein was soll es die falsche ne das fiel mit dem Mini ah das fiel mit dem Mini das fiel mit dem Mini weißt du wo heute Reifen da hat Schauen wir uns erstmal die Strecke an Rote Wo sind die denn? Was macht der denn da? Für mich saß das alles blau wahn Boah, wie heißt das denn? Das war's schon Was ein Scheiße Disqualifiziert falsche Reihenfolge What? Okay Also selbst kein Block ist hier nicht so gut Asche Los! Die Blauen stehen als erstes auf der Liste Was sieht das? Der blüht mit Tempo und Style durch die Blöcke Oh Hier Hier Grün Wir haben wieder einen vergessen So So Dann ist wieder hier rein Mal kurz die Wand anbrühen Die blauen Jetzt gehen wir hier die Gelben Ah Die Roten Die CD hier Ah fuck ich werde schon nicht mehr her Zweiter Ach er ist da Das geht hier noch weiter Was sind blaue? Sind hier noch blaue? Das war's für heute Ach du Scheiße Achter Platz Ach du Schande Nein Nein Schatz Scheiß Blöcke kaputt machen Ich hasse es Ich hasse es sowas von Los! Als erstes sind die blauen dran So Oh Der totale zerfall Er schießt die Blöcke ab wie ein Profi Ja Das ist ja wirklich wie ein anderes Auto Die ist noch mal viel grün fertig Ja, das ist Chakaboum. Ich fack mich richtig ab, die Teile. Ach, da war noch ein Zeug. Okay. Böse, böse Blöcke, jetzt kriegen Sie Ihre gerechte Strafe. Dritter Platz, oh, immer noch zu langsam, nein. Egal, ich gebe mich mit dem dritten Platz hier zufrieden. Ich habe bestimmt gleich noch mal eine zweite Runde, wo ich es dann hoffentlich auf den zweiten schaffe. Der Minicooper. Ich habe da vorne den Lüfter gesehen, aber nix mal. Was ist das? Das war's. Los! Mit dem blauen fängt es an. Los, 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 weiter. Blockbuster. Er muss ja hier kein Blocks Lieblingsdisziplin sein. Ah, ah, ah. Hey, das ist meine Lieblingsfarbe. Oh, komm, das war's. Schon wieder verkackt. Soll ich nur 20 Sekunden Rest schaffe. Oh, nein. Kann ich nochmal neu starten, habe ich einen vercheckt. Neu start. Ja, komm, mach go da. Los, los geht's mit blau. Die Strecke geht teilweise einfacher als die anderen. Hier. 12. Blockblaster. Der schmettert sich durch. Blockparty. Blockparty. Oh, nein, nein. Oh, Mann, ey. Immer schön den Farben nach. Sieht gut aus. Das sind die grünen. Blauen. Ach, die grünen muss ich, ja. Wo sind die grünen? Ach, nein, hier hoch geht das. Na, super. Disqualifiziert Falsche Reihenfolge Gut, noch einmal machen wir das Dann ist es mir egal, was wir als Sichter bekommen Los! Die Blauen stehen als erstes auf der Liste Als ob sie dürfen Ist ja ein bisschen schwierig Jetzt ist er wie im Tunnel Oh, sonst sind er auch über mich Einmal noch Ein letztes Mal Los! Als erstes sind die Blauen dran So, so, so So, jetzt hier unten Die Blauen, jetzt geht es langsam Das ist die Gelde Wie eine Seile der Vernichtung Das ist die Blaue, äh die Grün Das ist die Rote, dann wieder Grün So, jetzt Blau Ja, aber ich gucke, wie ich wirklich bekomme Das ist die Gelde Ich bin ja trotzdem mal noch wieder hoch Jetzt ist es hier unten Oh Mann Zwei Grünen Ach komm schon Die Glücke, die Richtigen und die Falschen Aber hauptsächlich die Falschen Ja, ich muss, ich muss Ne, komm, machen wir ein anderes Mal Schauen wir, was wir noch so im Fettow haben In der Auswahl Das ist qualifiziert 8-Ball haben wir noch Immer Mal ein 8-Ball Aber noch besser als das andere Nee, nee, nee Nee, nehmen wir hier Den hier No fear Ich möchte nur mal erwähnen Wir haben jetzt 0.42 Ich bin einfach mal ein bisschen länger wach geblieben What the Monster Los Ach komm, schieb mich doch nicht weg, du Affe Boah, diese Bots, ganz ehrlich, die sind schon hart Jetzt bin ich Platz 4 Ja, gut Das war Platz 1 und 2 Sehr souverän überholt, das war schon fast zu einfach aus So, und nach Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich den Flug anstelle Ich hätte mich tierisch abgefuckt, wäre es ja cool gewesen Ein neuer Spitzenreiter drückt jetzt mächtig aufs Tempo Der Hälterlauf Ich habe feier Fahrt So ist es mir nie dran So ist es mir nie dran Aber hier ist Feuerwerk Was hält er mich Wie die Einzelteile der Autos hier rumliegen Oh, es gibt noch Platz Oh, was macht er in den Tempo der? Oh, nein, 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 nein Letzte Runde Das ist die letzte Runde Scheibenkreis Komm, 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 komm Ja, guck, ich kann es hier noch mal wischen Ja, und da wich dich Boah, das war ein knappes Spiel Boah, jetzt will ich gucken Ich glaube, ich war ein Ja, das war bestimmt schon ein, zwei Sekunden hinter dem Nee 2,32,37, äh, 2,32,99 Pah, das war knapp Hier, ein bisschen Elektro in Los Angeles Weiter, weiter Noch vier Oh, nochmal 20.000 Cash Neues Auto, neues Auto, nein, kein neues Auto Ja Also auf jeden Fall hasse ich diese Boxen Wir haben ein neues Race-Off In Tokio Und ich sage, bis zum nächsten Mal Nächstes Mal versuchen wir wieder mal Die ist ein Smash-Hunter Und die scheiß Boxen Ich hoffe, es hat euch gefallen Und auf Wiedersehen